Jetzt steigen wir in die Gewichtsklasse ein kleines bisschen nach oben, damit es hat bisher noch keine blutigen Asien gegeben bei diesem Spektakel. Nicht, dass am Schluss die Leute sagen, das wäre ein Unspektakel. Die nächste Tagfahrung sind Christian gegen Alfred. Beide 80 Kilogramm und beide Sportler. Christian gegen Alfred mit dem Ring. Jérôme, s'il vous plaît. Was ist die? Jetzt haben wir es mal mit Kämpfern zu tun. Take Hands. Genau, Ring 3 zur ersten Runde. Off! 2 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.